Peace Leute, Basked Up, ich bin's Maren, ich bin's Kelvin und heute mein anderes Game Leute und zwar The Forest, das haben uns schon viele viele geschrieben und jetzt zocken wir das mal, wir testen das mal und zwar ist das ein Überlebensspiel, es ist ein Survival Spiel, man muss überleben, ich glaube wir haben jetzt einen Flugzeugabsturz, dann landen wir auf einer Insel und wir müssen halt überleben, wir können das zum Glück zu zweit spielen, das ist richtig geil und wir sind sozusagen am Wald oder auf irgendeiner Insel, ganz alleine oder nicht alleine, ich glaube da gibt es sogar so Monster, die wollen uns irgendwas Böses und die haben unser Kind entführt, das Ziel ist unser Kind zu finden und zu überleben, umso mehr Tage wir überleben, umso besser natürlich und wir können uns auch Waffen bauen, Hütten bauen, Lagerfeuer machen und so alles, okay, ich bin auf jeden Fall gehypt, ich würde sagen, wir beginnen, Lego Multiplayer, ich mache Game of, New Game, ja, wir spielen auf normal, würde ich sagen, lass mal, genau, Eierkopf Kelvin, so, Create Lobby, okay, ich lade ich ein, jup, zack, eingeladen und, angenommen, kommen wir hin und Start Game, Lego Alter, The Forest Starting Server, The Forest, okay, da stehen ein paar Tipps, Bild erstellt hat, Bild erstellt hat, du save your game, achso, ja, wenn wir uns Nöte bauen, können wir da drin schlafen und dann ist das Spiel gespeichert, sozusagen, so, unser Speicherplatz, ah, cool, also müssen wir mal, bevor wir, äh, ausmachen, das Spiel speichern, auf jeden Fall, genau, genau, so, okay, ich bin hier im Flugzeug, ahja, mit meinem Sohn hier, noch haben wir, unser Sohn, hier ist irgend so ein Buch, Fort Timmy, Fort Timmy, okay, ups, okay, Buch haben wir genommen, bist du auch im Flugzeug gerade? Ja, bist du auch im Flugzeug, okay, hier ist Essen, Luigi, ähm, Ordner steht, liegt hier rum, okay, oh, Wir gehen abzustürzen. Wo 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 wo? Oh shit. Oh shit. No 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 no. Aua. Wir sind abgestürzt. Ok. Wir sind abgestürzt. Oha. Siehst du auch diesen Mann da? Ah ok, der nimmt seinen Sohn mit. Scheiße. Der ist mit Blut überströmt hier. Oder fleischig Blut. Der haut einfach ab. Siehst du mich? Ich stecke hier am Boden. So. Geht ab. Jawoll, du bist schwarz. Wo ist die Kopf am Start? Ja doch. Ich habe gerade irgendwas gegessen. Auf eh kann man essen sich. Unten rechts ist auch dein Magen. Der füllt sich dann. Ich habe mich in der Axt genommen. Oh gut. Liegt hier noch was? Hier hat Essen. Äh. Soda habe ich genommen. Irgendein Trinken. Geht's ja. Ok. Toilet ist am Start. Hier ist noch Trinken und so. Oder Medizin. Hier ist noch Essen. Ok. Mein Magen ist voll. Äh. Tropfen ist wahrscheinlich Trinken, ne? Bauen Axt. Ich habe irgendeine Passagierliste habe ich genommen. Dann sehen wir alles dabei. A new item. Ne. Boah, da liegen ganz viele Koffer rum. Ja. Wie sind wir denn hier gelandet, Alter? Ah, man kann die aufschlagen. Ey, hier sind so Hütten und so. Okay. Man kann die aufschlagen. Findest du was? Mal hier. Ne, ich auch. Hier. Voll witzig. Boah, die Grafik ist auf jeden Fall krass. Ja, aber die ist richtig realistisch. Boah, auch mit dem Wind und so. Richtig realistisch. Heftig. Das ist sogar ein Vogel. Ey, versuch jetzt zu bekommen. Guck mal hier. Was? Warte, hier ist ein Vogel oder? Ah Mist. Kann man die hacken oder was? Mach erstmal die Koffer hier auf. Ich glaube die sind wichtig. Ja. Davon werden wahrscheinlich nicht mehr so viele liegen. Nur im Flugzeug. So. Drauf sammeln. Ich nehme irgendwas da raus. Gar keine Ahnung was ist. Hier Klamotten. Snacks. Metz. Also Medizin. Ey, hier ist irgendein. Alter. Hier ist so ein Kopf. Ah echt? Oh man kann das kaputt machen. Boah, voll die Spinne. Ich hab die zermatscht. Voll ekelhaft. Hier sind Steine. Ey ja, unter den Steinen sind immer. Hast du gesehen? Alter wie krass. Ne. Unter den Steinen. Hier ist eine Spinne. Siehst du die? Du bist hier. Ja. Zermatscht ich mal. Jetzt siehst du die hier lang laufen. Hier. Ne. Wieso seh ich die nicht man? Okay. Vielleicht nur bei mir. Okay. Das sind keine Koffer mehr hier. Oder? Ne. Das ist nur Koffer. Erst. Da kann man auch schon einsammeln. Bestimmt später für den Lager. Ich hab Geld gesammelt. Wozu braucht man denn Geld? Echt? Ob es so ein Geschäft gibt. Na, wo ist der hier? Am Marsch der Welt. Richtig. Ah, hier sind auch noch ein paar Koffer. Ey, wir sind hier an irgendeiner Kliffe oder so. Ah ja. Was ist hier unten eigentlich? Wo ist auch noch ein Koffer? Ey, das ist ein Krokodil, alter. Guck mal. Was laberst du? Da unten. Oh, das sind zwei. Oh. Das ist ein Krokodil. Mit B kannst du dein Buch öffnen. Ah. Da komm und guck mal jemand Feuer und so macht. So kann der irgendwie Stück für Stück runter? Ja. Ich hab hier was gebaut. Achso. Ich hab ein Feuer gemacht. Ich baue Blätter. Aber wenn du die Beute zerschlägst, kriegst du Blätter. Na gut. Ja. Ja. Automatisch. Hier ist ein Feuer. Okay, es ist hell. Es wird immer dunkel und hell. Abwechslend. Ah, cool. Ich glaub Regen gibt's auch und so. Hier können wir was kochen. Ah, ich kann dritter reinlegen. Ey, hier sind auch Koffer und so an der Kiefer. Aber wir können hier nicht runterspringen, wenn ich sterben will. Warte, vielleicht kann man da hinten irgendwo runter. Können wir echt zu den Krokodilen? Gucken, was wir machen können. Hast du Leben verloren? Kann man die erste schlagen? Ey, hier ist ein Feuer. Ey, ich hab einen Vogel gehackt. Äh, Rosenvogel. Kann man die doch hacken? Ey, hier kann man runter mitgenommen. Komm. Komm. Krokodil. Wir kommen. Wo sind die? Ich will Krokodilfleisch raus. Ah, hier, hier. Das ist aber kein Krokodil. Ich glaub das... Wie heißt das? Eine Echse oder so? Ey, der will hier weg. Hier, hier, hier. Hack den, hack den. Ich hab sie. Oha, wir haben uns zerlegt. Seine Haut genommen. Ich hab seinen Kopf in der Hand, guck mal. Alter. Weg mal reinbeißen. Hier. Krass. Ey, was hat was? Wie ist Wasser irgendwo? Bisschen Bach. Komm, wo ist Wasser? Ach, hier ist ne. Ja, ist schon. Kleiner Wasserfall. Ah, hier. Wie das aussieht. Wir kommen noch Fische und so hacken. Ja. Wir brauchen noch mehr Waffen wahrscheinlich. Ah, doch, ich hab einen Fisch. Hast du einen bekommen? Ja, Essen ist immer wichtig. Ja. An Essen denken. Nice. So. Okay, was ist jetzt das erste Ziel? Erstmal hier erkunden. Ja, genau. Wir erkunden erstmal, was hier abgeht. Boah, wir dürfen uns hier nicht verlieren, ne? Ne, erst können. Aber da oben waren so Hütten. Warte, komm mal mit. Wo ist das so ne Eidechse, warte? Brauchst du ein Kaninchen sogar? Ja. Kaninchen? Auch gut. Komm, komm. Hier. Da sind überall welche. Da hinten noch. Überall. Die sind aber schnell, man. Boah, die kriegen wir gar nicht. Schwierig. Boah. Jetzt renne ich zu weit, ich kriege Angst hier. Wenn's dann bleiben. Ey, hier hieß es ne Höhle oder so? Ja. Ey. Hü? Hier hieß es ne Höhle, man. Jetzt sind wir da runter. Alter, kann man da runter? Ja, drück mal. Wie krass ist das denn? Ich geh jetzt runter. Oha. Boah, einfach in den Bunker jetzt hier oder was? Okay. Bist du über mir? Ah, ich seh dich. Boah, wie das aussieht. Krass. Ah, okay. Leute können uns auch immer Tipps schreiben, weil wir sind ja noch Nukes in dem Game. Genau. Natürlich nicht spoilern oder so, aber Tipps sind immer gerne bekommen. Ey, ich kletter hier irgendwo ins... Ist voll auf die Ausdauer. Ja, stimmt. Ey, ich kletter die ganze Zeit runter, ne? Gar keine Ahnung. Geht's mal weiter? Hab ich los? Nein. Ich hab losgelassen. Ich bin behindert. Oh, bist du tot? Nein. Ich hab... Lass nicht los. Okay. Ey, das ist richtig gruselig hier. Komm mal schnell runter hier. Komm. Wie mach ich Feuer an? Wie mach ich Feuer an? Echt gruselig, man. Boah. Was hab ich denn hier? Hacke? Hab ich Feuer oder so? Komm ich durch den Boden an? Scheiße. Komm, lass los. Ich seh nichts. Alter. Haben wir keine Taschenlampe? Ja. Warte. Irgendwas aufgehoben. Ich hab irgendwas gesagt. Ey, Totenköpfe sind hier. Ja. Ach du Scheiße. Hab ich grad im Game gehört? Calvin? Ja? Ich hab's grad im Spiel irgendwie gehört. Ja man. Hier Totenköpfe überall Alter. Boah. Ich glaub hier sind wir nicht willkommen. Ich glaub wir sammeln mal alles ein was hier ist. Drück mal I. I. Ah, Anventar. Ja. Boah, die Eidex esse ich jetzt mal, wenn das geht. Ah ne, ich hab die jetzt in der Hand. Ich hab auch grad einen Fisch in der Hand. Wollte ich gar nicht in die Hand. Wie kannst du ihn einfach verdrinken? Okay, mit 1 nimmst du deine Waffe in die Hand. Genau. Haben wir kein Feuerzeug oder irgendwas? Guck gerade. Loch. Equip, Leiter. Guck mal. Diese kleine Feuerzeug. Ah, nice, nice, nice. Hast du gesehen? Hm, nice. Ey, ich hab was gehört. Alter, lass hier raus. Echt, hast du was gehört? Da ist irgendwas. Guck mal. Hörst du das nicht? Nee, grad nicht. Da war was. Komm mal. Hörst du das? Sind Geräusche? Duft, duft. Hör. Hier sind Klamotten. Was ist hier? Guck mal, hier sind Zeichnungen. Oh. Ey, wenn einer kommt, denkst du dir an. Ich hab irgendwas aufgesammelt. Irgendeine Figur oder so. Eigentlich sind da irgendwelche Zeichnungen, ne? Mach was denn nicht aufgesammeln? Ja, ich hab das genommen jetzt. Ich weiß nicht, was das bringt. Wo? Voll die Musik. Ja, wo ist das? Als ich das Bild angeguckt hab. Hier kommen wir noch mal hoch gehen. Boah. Hier kommen wir hoch. Ist Blut, Alter. Oder? Hey, mein Feuer ist aus, Alter. Nee, das ist Wasser. Wasser. Hier können wir hoch, komm. Oh, okay. Leute, das ist ein Höhlenforscher. Boah, das geht heute. Alter, das geht hier ab. Wo landen wir hier, Mann? Ich glaube, hier ist ein Ausgang wieder, oder? Nein. Oh mein Gott, was ist das da hinten? Ah, das ist Wasser. Das schimmert so. Alter. Wo? Links oder rechts? Links oder rechts? Hier, links kurz. Links kurz. Hier ist irgendein Licht. Hier ist eine Lampe. Oh ja. Kann man die nehmen? Die ist heller, ne? Hier ist noch eine. Ah, kann man nicht nehmen? Okay, dann ist der Wicke mit Lichtern ausgelegt. Oh, wow. Okay, hier geht's weiter. Ich springe. Boah! Was? Was? Oh Gott. Nein. Was ein Monster so. Laber. Ohne Scheiß jetzt. Können wir diese Lampe nehmen vielleicht? Auch nicht. Boah, ich höre so ein Knurren, ey. Guck mal, wie eng das ist hier. Mein Gott, die Geräusche sind. Ja. Alter. Mein Licht ist ausgegangen. Oh mein Gott, was geht hier ab? Wieder an? Was geht hier ab? Alter, was für ein verrückter Weg hier. Ne. Ich kann dir das aus der Hand nehmen. Echt? Ja. Jetzt habe ich das. Perfekt. Also man kann sich Sachen geben. Ah, korrekt. Alter, was hängt hier? Was denn? Zähne? Hä? Ich bin auf die Zähne? Das sind Zähne, aber keine menschlichen. Aber keine menschlichen. Ne. Ey, das ist eine Klingel. Da schwingt irgendwas. Duptisch. Ja. Irgendein Skelett. Boah. Ey, da liegen welche. Alter. Was? Mensch? Ich weiß nicht. Guck mal hier. Boah, Geld ist tot. Okay, bringt zwar nichts, aber viel Geld. Bitte batzen. Ey, ich habe Passagier gefunden. Sitz 3b und 3a. Stand da. Guck mal. Oh, hier. Das ist einer aus dem Flugzeug. Der wurde hier. Hier ist Essen. Hier sind Uhren. Alles. Boah. Rolex. Rolex. Guck mal hier. Die Gederre. Ja, man. Alter. Die sind aus dem Flugzeug. Die wurden hierher geschleppt. Scheiße. Nimm alles mit, was du kannst, Alter. Ja. Hier können wir die zaken. Hier können wir die essen. Krass. Alter, hier ist noch einer Bar. Boah. Das ist ein Magnum. Boah, das ist eine Katana. Ich habe eine Katana. Ey, wie kann ich die nehmen? Katana. Guck hier. Die steckt in dem drin. Kann sie auch nehmen? Vielleicht ist sie noch bei dir. Boah, ich habe eine Katana jetzt. Ja, ich muss sie auch haben. Warte, Eve. Ja, dann wähl ihr aus bei Eve. Ich habe das Feuer mal an. Ja, man. Er ist heftig. Nein. Ey, wir können das Geld nehmen, um die Flamme zum Erhalten bleiben. Gute Frage. Das Geld kann man hier reinschmeißen. Dann geht die Flamme an. Esst du schön was? Ja, ich bin voll. Krass. Hier sind noch Taschen. Ne, Benzin war das. Wozu brauchen wir Benzin? Alter. Komm mal hier hin. Schau hier was. So, komm mal. Da rechts geht auch noch lang, oder? Komm, geh mal da lang. Aber links geht es auch noch. Ne, hier geht es noch nicht mehr lang. Doch. Ne. Okay. Dann ist der einzige Weg jetzt noch hier. Ja. Komm. Da oben ist noch was. Was ist das denn? Oh. Was kam da raus? Ach, was ist das denn? Oh, komm, das ist ein Brett. Ja, Mann. Oh. Geil. Warte, hier oben ist noch was. Oh, nur eine Kerze. Ey, einfach mal Köpfe sind hier. Können wir da durch? Okay, das war's. Ah. Da ist eine Bibel, Alter. Junge, wie krank sind die hier? Okay, wir müssen hier raus jetzt. Wir haben alles was wir brauchen. Ah, wo war der Weg? Wir haben eine neue Warte. Ne, äh, wieder zurück, ne? Hier. Ach, da noch. Boah, krass. Zurück, ne? Zum Glück ist keiner hier grad. Mhm. Der vorher kommt, käme so Mutant drauf. Oh, was ist denn vorher jetzt kommen die hier rein? Ey, eine Taschenlampe oder so wäre nice, ne? Mhm. Ist voll stark. Fuck, bist du noch? Das ist zu schwach. Heftiger Bunker auf jeden Fall. Ich hör... Ich hör was. Echt? Hol deine... Ich hör was. Auf alles hieß Monster. Boah. Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Ich hör was. Komm, komm, komm. Bist hinter mir? Ja. Komm. Die verfolgen uns oder so. Keine Ahnung. Wie sind wir schon? Oh mein Gott. 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 Da vorne. Was sollen wir machen? Guck doch mal da. Oh shit. Oh shit. Sollen wir die zarten? Wir bleiben hier, ja? Dann komm. Die kommen mir grad nicht hin. Aber so scheiße. Der kommt gleich. Das ist ein Mutant Junge. Ja. Oh mein Gott. Marvin, halt dich gerade. Ja, halt dich bereit. Halt dich bereit. Sollen wir einfach rausstürmen oder die hacken? Eins. Wir laufen auf die zu. Auf die zu. Erstmal den Mutant. Eins. Zwei. 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 Drei. Drei. Oh. Hack, 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 hack. Nicht mich. Pass auf. Ich mach den anderen. Hier, denn. Einer ist tot. Einer ist tot. Pass auf, der Mutant. Oh Gott. Ist er wieder da hin? Ne, der lebt noch. Der ist aufgestanden. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, du bist tot. Ich versuche hier weg zu rennen. Versuch raus. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Leute. Was soll ich machen? Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Das sind zu viele, man. Warum bist du schon gestorben? Alter. Alter. Ich habe keine Ausdauer, nichts. Ich komme nicht weg. Versuch mich hier durchzuschlagen. Okay, ich sterbe. Ich bin tot. Oh mein Gott, was war das? Oh mein Gott. Was war das? Oh mein Gott, Leute, wir sind leider gestorben in der ersten Folge, Alter. Okay, press E to restart now. They survive null. Null Tag überlebt. Ich glaube, in Hüllen sollte man erst gehen, wenn man schon ausgerüstet ist. Ey du Johnny. Weißt du? Ich glaube, genau. Weißt du? Sollte das schon ein bisschen geübter sein. Okay. Tricken voll hier. Ja, Mann. Oh, ich habe irgendeinen Pilz genommen. Heftig mein bisschen Monster. Das ist so krueh, was wir sehen. Ja. Okay, man ist wieder in der gleichen Map. Boah, das sieht gerade krass aus. Insofern man sich auch geschwächt hat. Hey, da unten ist ein Totenkopf. Ach, sind wir da unten gestorben oder was? Oder nicht? Ja, du. Auf jeden Fall. Oh, Alter. Hinten, hier ist was. Was ist ein Monster? Was ist das? Das ist ein Monster. Nimm den Stein. Nimm den Stein. Komm, wir hacken den. Wo ist der Stein? Wir töten den. Alter, was ist los hier? Ey, Hilfe. Sterbe wieder. Was ist das für ein Gestein? Oh mein Gott. Komm, wir hauen den. Boah, ich habe nur noch ganz, ganz wenig Leben. Aber ganz, ganz wenig. Der ist tot, der ist tot. Ich kann den nehmen. Ey, komm ins Flugzeug. Das wird dunkel. Ich dachte, das sehe ich richtig. Komm, schnell. Okay. Leute, ich würde sagen, das war es für die erste Folge. Genau. Das ist im Prinzip das Spiel. Das ist richtig heftig. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so krank ist. Übertrieben geht das, Affe. Boah, das geht richtig ab. Also, ist ein geiles Game, Leute. Gebt einen fetten Daumen hoch, wenn wir mehr davon zocken wollen. Dann sehen wir, ihr wollt das, dann machen wir das. Auf jeden Fall, Leute. Und ihr könnt uns gerne Tipps geben. Bitte nicht spoilern oder so. Einfach nur Tipps geben. Und dann wird auf jeden Fall mehr kommen. Genau. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace. Boah, geht.